Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Video und ein bisschen was anderes, nämlich will ich im Uncut auf eure ganzen Fragen hier zu dem letzten Video, was mich gewundert hat, dass es bei diesem Cold War Video kam, eure ganzen Q&A Fragen mal zu beantworten und das einfach Uncut, weil ich, ich hab da jetzt nicht Lust da irgendwie großartig zu spielen. Weil es ja nichts Großartiges ist, wie gesagt. Ja, wir fangen einfach an. So, ähm, der Chris Muller und der, äh, Notfun und der, ähm, Eastern German hat ihm sehr viele Fragen gestellt. Der Chris ist ja sehr am meisten, also, wow. Manche werde ich wahrscheinlich nicht beantworten, weil das auch privat ist, so, ähm, ganz einfach. Ich will darauf nicht, äh, eingehen. Das muss man auch akzeptieren. Und, ja, so ab, äh, hier, hier so, äh, ab, ab hier bei Streamstool und, äh, danach können wir gerne weitermachen. Okay, fangen wir an. Streamst du? Ja, ich streame, ähm, aber nur auf YouTube, weil auf Twitch find ich das halt einfach nicht, äh, passend. Ich komm damit nicht klar. Ähm, was hab ich für einen PC? Ich hab nur einen Laptop, äh, so ein, so ein Asus TÜV, äh, Gaming 17 oder so. Ähm, hat der 3060 RTX, ähm, dann hat der ein AMD Ryzen 7. Lese ich gerade einfach alles ab. Und hat ein 144 Hertz Monitor. Klingt irgendwie gerade wie Werbung. Ist es aber nicht. Welche Kamera? Ähm, einfach nur die Kamera vom, ähm, vom Laptop. Ich werde aber gucken, ob ich vielleicht mir eine besorge. Aber, ja, ansonsten komm ich eigentlich mit der Kamera klar. Zwar, die ist ein bisschen beschissen. Ja, das sind nur 30 FPS und nicht wirklich schön. Aber, ne Jüde, großartig mach ich mit der Kamera jetzt auch nichts. Und den Rest werd ich ja mit meinem Handy filmen. Ich bin jetzt nicht großartiger Fotograf oder so. Ähm, Hobbys außer zocken. Ja, hab ich tatsächlich. Schneiden, ja, also Videoschnitt. Dann hab ich auch, ähm, sehr viel mit Freunden gemacht. Okay, das ist jetzt kein großartiges Hobby oder so. Ähm, also da kann man jetzt nicht auf die Glocke sagen, oh Gott, der hat jetzt ein Hobby davon. Ähm, joa, und ansonsten, fuck, das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass ich das jetzt so sage. Aber ich hab irgendwie nicht viel, äh, was ich machen könnte. Jetzt mach ich aktuell bisschen mehr Sport, tatsächlich. Ähm, hab gestern sogar gejoggt und ich werd wahrscheinlich heute auch nochmal ein bisschen joggen. Wenn man das als Hobby nennen kann, ähm, macht gerne. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt als Hobby zählt. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, Meinung zum Controllerspielern. Wahrscheinlich meint er jetzt, äh, COD-Controllerspielern. Ja, keine Ahnung. Ja, ist halt OP, aber ich komm mit Controllern nicht klar. Meinung zu kritischen Entwicklerstudios wie Blizzard. Ja, kann ich ganz schnell beantworten. Sind, ähm, sehr skrupellose Leute, die einfach nur auf Skate achten und, äh, nicht großartig auf die Community. Sowas wie EA, auch hier Activision, äh, Blizzard vor allem. Dann, ja, noch viele, viele andere. Ich glaub, ich muss da nicht alle aufzählen, ihr wisst ihr alle schon. Ähm, warum keine Indie-Games? Doch, tatsächlich, hätt ich auch mal Lust auf Indie-Games. Doch, tatsächlich, ähm, komm ich noch gar nicht dazu. Ich, vor allem, es hat ja, das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Okay, letztes Jahr hätt ich auch eins spielen können, aber, ja, da hätt ich halt andere Projekte. Aber dieses Jahr hätt ich zum Beispiel Bock auf Slime Rangers, ist ja auch ein Indie-Game. Oder, ähm, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also, da hätt ich richtig Bock, auch manche anzuspielen und vielleicht auch durchzuspielen, was weiß ich. Ähm, seit wann zockst du? Äh, schon seit 2019. Achso, du meinst zocken jetzt im, äh, privaten, also nicht YouTuber. Ja, dann, ähm, schon seit ich drei war. Äh, da war, wohnten wir im Haus und da hab ich immer mit der PS3 gespielt. Ja. Ja, bester Streamer oder YouTuber will ich nicht sagen, weil ich hab zu viele davon und, ganz ehrlich, man muss auch nicht alle von den Interessen haben. So, das kann ich gerne privat sagen, aber so, öffentlich, das klingt dann wie Werbung. Verdienst du Geld mit YouTube? Nein, ernst, einfach, weil ich, äh, noch keine tausend Abonnenten habe. Also, da gibt's ja diese Statistik, so, ähm, wie viel du da brauchst und so. Kann ich gerne vielleicht mal zeigen, aber jetzt noch nicht. Warum so wenig, äh, warum so wenig Vlogs? Äh, ich habe noch nicht großartige Idee, was ich vloggen will. Letztes Jahr habe ich halt irgendwie einen kleinen Vlog über irgendwas gemacht, aber ich weiß es halt immer noch nicht, was soll ich denn in diesem Vlog machen, ne? So, ich brauche irgendwie so ein Ziel, dass ich in diesem Vlog mache. Was weiß ich, ähm. Auf jeden Fall, ich sag's euch, wie ist es, es kommt in diesem Jahr ein Vlog. Das werde ich euch sagen, in diesem Jahr. Was hast du für eine KD hinten, Boarsohn? Boar, kann ich dir nicht großartig sagen, aber es ist halt super unterschiedlich, weil SBM kickt manchmal rein, dann laggt, äh, die Server, also die Runde laggt ein bisschen. Ja, also, es ist unterschiedlich, manchmal acht, manchmal sechs Kids, manchmal vier, es ist unterschiedlich. Kannst du in Boarso mal Shit plus RPG spielen? Ja, mal gucken, was weiß ich, also, Shit war zwar nie mein Freund, aber mal gucken. Warum kommt der neue, wann kommt der neue Facecam Background? Was für ein neuer Facecam Background? Also, ich hab das nie gesagt, dass da irgendwann ein neuer Facecam Background kommt. Also, der wird wahrscheinlich so bleiben, wie er ist, so. Die kahle Wande, da will ich jetzt auch nichts abmachen, oder so. Ähm. Und ich will jetzt auch nicht die Wand beschmutzen, oder so. Ähm. Also, ich hab da jetzt nichts Großartiges geplant, so. Und, wie gesagt, da hinten schlafe ich, da seht ihr auch mein Bett. So, was soll ich denn da großartig machen? Ähm. Warum benutzt du nicht deine DSR-Handy als Webcam, Facecam? Das hat mich sehr viele gefragt. Ähm. Tatsächlich ist es ziemlich gut, aber, äh, ist das kompliziert zu machen. Ich weiß, es gibt hunderttausend Tutorials, aber sich da rumzuschlagen, selbst mit Tutorials, sorry, das kann so krank klingen, aber selbst mit Tutorials ist es halt ziemlich, ziemlich schwer. Ja, aber, mal gucken. Warum kommen so wenig Videos? Ich weiß nicht, äh, auf welchen Planeten du kommst, aber eigentlich lade ich grad ziemlich viel hoch, aber, naja. Beste Game? Äh. Oh, da, da, da. Also, die besten Games hab ich tatsächlich so im Sinne. Hängen sogar hier hinten, ne, schon an. Äh, fehlen zwar noch welche. Seht ihr? Die karen, äh, karen Ecken. Äh, Warfame. Planets vs. Zombies Garden Warfare 2, werd ich wahrscheinlich auch mal aufnehmen. Ähm, dann Destiny 2. Star Wars The Old Republic hat mir auch sehr gut gefallen. Und GTA 5, eindeutig. Vermisst du Warzone Verdansk? Ja, eindeutig. Freu mich, dass es 2024 kommt. Kannst du mal Warzone Mobile spielen? Vielleicht, äh, kannst du mal Islanders spielen? Was weiß ich, ich kenn das nicht. Sorry. Beste Simpli-Mickler-Studio. Oh, 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 oh. Da hast du mich jetzt. Da hast du mich jetzt. Ich weiß zwar nicht mehr so ganz, wie das Entwickler-Studio heißt. Aber da, die, die Leute, die Warfame entwickelt haben, ich glaube, die hießen irgendwas mit. Boah, nee, ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall die Entwickler-Studio. Kannst ja mal googeln. Also, ich werde es vielleicht mal einblenden. Hast du schon mal Firmen nach einer Partnerschaft gefragt? Nein, weil ich, äh, keine Partnerschaft fragen kann. Weil ich, äh, noch nicht mal über tausend Abonnenten habe. Und vor allem fragt man, also ich frage nicht die, oder, oder die YouTuber fragen nicht, äh, nach, sondern die Firmen fragen nach. Beste Musikrichtung, Song? Oh, oh, ähm, eher so elektronisch, aber auch manchmal, äh, manchmal auch Metal, aber nicht zu viel Metal. Ja, aber der Rest ist halt wirklich so. Aber auch englische Songs, so. Wie findest du da den Warzone-Streamer? Äh, it's Iron, ich weiß nicht, wer der, wer der ist, so, sorry, ich hab immer super viel von denen, aber ich hab nie den verfolgt oder so. Ist der Amos ist zu stark in Woson? Nein, der ist sogar, ähm, schlechter geworden. Warum kein Twitch? Äh, hab ich schon beantwortet. Ich komm damit nicht klar. Ich find YouTube besser. Wie viel, wie viel verdienst du mit YouTube, ähm, so gut wie gar nichts, weil ich noch nicht tausende Abonnenten hab? Warum kein Paypal, Spendenlink oder so? Ich weiß nicht, warum sollte ich einen Spendenlink machen? So, von, für was? Also, Spendenlinks macht man eher, wenn man irgendwie große Events plant. So, sowas wie, ähm, 24 Stunden, ne, streamen oder so. Äh, aber nicht einfach so. Warum schneidest du so wenig deine Videos? Äh, ich glaub, du meinst jetzt hier das Let's Play Video. Also, bei mir ist es so, Let's Play Videos werden recht wenig geschnitten. Oder ich schneide da wahrscheinlich nur die Audios besser, dass im Cutscenes auch lauter ist. Aber ansonsten schneide ich da wenig, weil da soll ja sehr viel vom Gameplay mit dabei sein. Ähm, aber sowas wie Videos, ähm, die Warson-Videos, die ich übelst hatte, also ihr merkt das gar nicht. Äh, die Runden dauern über 30 Minuten, aber ich schneide es wirklich bis, äh, 10 oder 11 Minuten. Es ist lieber Controller oder Maus und Tastatur. Ähm, lieber Maus und Tastatur. Ich komm mit Maus und Tastatur, viel mehr Klang. Warum schaltest du keine Werbung? Ja, okay, das hab ich schon beantwortet. Bist du nur auf YouTube? Ja. Also, ich würd vielleicht mal ein Discord-Channel machen. Da hätt ich auch mal einen Plan dazu, aber keine Ahnung, wann ich das mal mache. Streamst du eigentlich Twitch oder so? Ähm, nein, nur YouTube. Wann kommt ein, was, wann kommt ein neues Setup, Stream-Setup? Ähm, gar nicht, weil ich, ähm, ja, ich hab mein Stream-Setup schon. Ähm, und ich bin komplett happy damit, also, versteh ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Ja, das waren jetzt eure, ähm, ganzen Fragen. So, also, der meiste hat der Chris. Äh, oh, oh, Scheiße. Ähm, aber euch kann ich hier nochmal zeigen, wie lange ich brauche, um wirklich Geld zu verdienen. Wie ihr seht, oh, es ist sogar weniger geworden. Also, eigentlich braucht man immer 1.000, aber hier ist es, äh, 500. Ich brauche insgesamt 500, ähm, Abos, dann, äh, 3.000 Aufrufe und so 3 Millionen auf Kurzvideos. Das wird ziemlich lange dauern, aber vielleicht mit eurer Hilfe haben wir das. Ja, ich hoffe, ihr hätt's gefallen. Vielleicht wart ihr noch eins, ähm, Q&A. Aber es war mal interessant, eure Fragen zu sehen. Ja, ich hoffe, ihr hätt's gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.